Wenn man will, wir sind in Witze mit Huguette Barondo, wie mit uns ist, Adjointe vom Maire. Bonjour Huguette. Bonjour. Ihr seid mit uns, schon einmal, für die Witze ein bisschen besser zu entdecken. Und wir werden auch von einem Fest ein bisschen später reden, ein Quatsch-Fest, wie wir an dem Wurrent organisieren. Schon einmal, Witze, wie groß ist denn die Gemeinde? Witze hat 244 Einwohner. Und es ist ein schönes Gemeinde, du kommst rein, weil viele Sachen machen, zum Beispiel, mit dem Sommer, mit den Ferien, was können wir machen? Ja, wir haben eine schöne Plandeau, wo wir einen Wake Park machen, und wir haben eine Santier-Botanik. Das ist ein schönes Dorf, viele Blüe-Main, und wir haben viele vierte Plandeau. Und da haben wir verschiedene Vereine, zum Beispiel, man denkt jetzt am Schulanfang, und da sind viele Vereine, wie viele Sachen organisieren, und wie auf Membro-Worte auch. Was kommen wir zum Beispiel, wie viele Vereine haben wir ungefähr? Wir haben in dem Office-Minicipal zehn Vereine. Im Ganzen haben wir 20 Vereine. Und wir zehn Jahre, die mitmachen in dem Office-Minicipal für die Quatsch-Fest. Also schon einmal, Oli, wie mitmachen? Da gibt es Fußballvereine dabei? Fußballvereine, Volley, Motoclub, AGF, Choral Sainte-Cécile, La Musik-Espérance. Viel kulturell? Viel, ja. Haben wir noch Theater, zum Beispiel? Nein, wir brauchen kein Theater. Wir suchen uns ein Konzert, ja. Wir suchen uns ein Konzert, wie Theater auf Elsa sich spielen wird. Wir brauchen ein Konzert, ja. Für Choral und Musik-Espérance. Und haben wir noch viele Geschäfte, zum Beispiel, in Wittisheim? Ja, wir haben zwei Bäckereien. Geschäfte nehmen so viel zwei Bäckereien und eine mit. Aber das ist wichtig für dich. Wir suchen uns einen Doktor, einen Zahnarzt, eine Kine. Das ist alles da. Eine Schule auch? Ja, ja. Eine große Schule. Eine ATI. Und du, also in Wittisheim? Ihr mögen auch mit dem Verein, das ist der AGF? AGF, Assoziation Generale der Familie. Und was mögen auch du? Da machen wir den Sport. Wir machen Stretching, Yoga, Gym-Dos, Tai-Chi, alles für gesund bleiben. Und das mögen auch wenn ihr? Das ist am Abend, am Mittwoch, am Donnerstag Mittag. Und da kann auch Oli noch kommen, zum Beispiel am Schulanfang? Ja. Ja, natürlich, jetzt geht's los. Nur der Quatschafisch geht das Ding los. Und machen wir hier mit, am Yoga ein bisschen? Ja, ja, ja. Das sind viele Oli. Das Tai-Chi, Gym-Dos, ja, ja. Es kommen viele Lied. Das Oli mehr Lied, gell? Ja. Immer mehr Lied. Und Yoga hat viel Succes. Ja, die Liedmen, der Stress evakuiert. Aber das machen wir gerne. Voilà. Auf Franz Bleu Elsass. Und da werden wir uns von den ganzen Vereinen reden. In ein paar Minuten. Denn wir werden, wie jeder Moritz ist ganz nah zu der Geste, sind wir direkt auf Franz 3 Alsace in der nächsten Sendung. 9.50 Uhr le matin mit dem Hervé Especher. Und da werden wir in drei Minuten kommen mit uns, als wir miteinander von dem Götchen-Kurenfest erwähnen. Hier, als wir davon reden. Es ist an dem Wochenende. Es gibt viele Sachen auf dem Programm. Und dann wird uns davon reden. Und Franz Bleu Elsass wird uns davon retten. Und Franz Bleu Elsass nur am André Bäumer die Familienfest. Franz Bleu Elsass. Franz Bleu Elsass. Franz Bleu. So nicht immer und immer noch kräutern. Kein Schräder vor allem. So ein Witz erzählen. So ein Witz. So vor dein Jugendsprin. So wut hast du geist. So vor dein Jugendsprin. So vor dein Jugendsprin. So wut hast du geist. Ich bin glücklich, oder so sind die Freude. So durch die Hoff geht's nicht gut, wie der Sohns Freude. Doch nur nicht ein oder der andere, geht sie. Und vielleicht ist ihnen heute ein paar ZwitG. Es war doch zu flott, miteinander zerschweutern. Korscht doch nicht immer und immer noch kreutern. Geht schneller, vor allem, erzählen noch Witz. Wo der Jugend sprengt, wo Mensch war das Witz. Wo der Jugend sprengt, wo Mensch war das Witz. Es ist nicht Mensch, ein Mitglied, da bringt sie den Zommer. Durch Tragen von Stolli, der Name liegt an Oma. Die Damm geht so schnell, der Jahr läuft vorbei. Geht jeder, sie wagt, jubels, jubels. Es war doch zu flott, miteinander zerschweutern. Korscht doch nicht immer und immer noch kreutern. Geht schneller, vor allem, erzählen noch Witz. Wo der Jugend sprengt, wo Mensch war das Witz. Wo der Jugend sprengt, wo Mensch war das Witz. Jetzt plötzlich hätt's geklappt, hat's nur Stoff vom Haus. Was sind alle du, was ist dann jetzt los? Alle miteinander komplett wie Gassau. Die Juswucht jetzt gehen, auf einer Periode. Es war doch zu flott, miteinander zerschweutern. Korscht doch nicht immer und immer noch kreutern. Sie willen im Reden, sie machen kein Witz. Sie bitte verschwunden, so schnell wird der Blitz. Sie bitte verschwunden, so schnell wird der Blitz. Familie Fest, das haben wir miteinander gesungen. Mit André Baumart und Franz Bleu Elsass. Er hat mitgemacht an dem Gesangwettbewerb die Stimme. Und das haben wir gerne auf Ihrem Sender. Auf Elsass, siehst du wie ihr und wir in diesem Sinne. Und gleich geht Franz Bleu Elsass am Televisio Dorisch. Guten Morgen, Hervé. Guten Morgen, Enolle. Es freut uns wieder von Mittag zu sein. Lüge, was ich da vorne am Hobbyzeit ist, ist da. Es ist ein Gewetscherkur. Und wir reden vom Gewetscherkur-Fest. Mit unseren Gasten, wie du im Studio bist. Es ist Duget Baron, Adjoint vom Meir von Witz. Guten Morgen, wie geht's? Bonjour. Ich bin also mit uns von dem Gewetscherkur-Fest zu reden. Es ist an diesem Wochenende. Und du bist viel auf dem Programm. Zum Beispiel ein Stehenspitzer-Wettbewerb, wie man mitmachen kann. Ja, ja. Von 18 Uhr ab ist ein Stehenspitzer, ja. Und da kommen immer viele, viele Leute. Über 150 kommen. Und der Rekord zum Schlag dieses Jahr ist 11,25 Meter. Und was gewinnen machst du? Ja, Flamakura haben wir gewinnen sie. Oder Flaschwin. Ja, Flamakura. Und mit den Kindern bekommen sie die Jeu. Und machen alle mit? Darf alle mitmachen? Darf alle mitmachen. Brauchst man nicht professionell vom Stehenspitzen sein? Nein, gar nicht. Gar nicht. Darf alle mitmachen. Und wenn wir die Stehenspitzen haben, dürfen wir auch Quatschakura versuchen? Sowieso. Wie viele haben wir ungefähr gemacht? Quatschakura waren 900 Quatschakura gemacht. Wow. Und das macht einen Weg von Witzen? Das macht, ja. Alle Jahre ist es ein anderer Weg. Wir haben zwei Becken. Noch ist einmal einer. Und das Jahr darauf ist es 100. Eins bis andere. Ja. Das Jahr ist die Hälfte Richard mit seiner Bühne Stefan. Der Fussball hilft für die Paare ganz Nord. Das sind verschiedene Vereine, die mitmachen. Die Witzen, die machen wir viel Sport, aber auch noch. Und was ist alles noch auf dem Programm? Es ist ein Familienfest. Ja. Zum Beispiel Kinder können sie auch amüsieren. Ist alles vorgesehen? Ja, es ist alles vorgesehen. Es ist ein grosser Manege. Es ist ein Tobogorger auch für die Kinder. Es ist La Pêche au Canard. Es ist Le Tirobütz, aber auch Spieler für die Kinder. Und gibt es noch eine Quatschakura oder andere Sachen, wie mit Quatschakura gemacht werden? Ein Likör. Das ist auch am Rebs frisch. Ah ja. Ein Aperitif, das heisst Quatschito. Quatschito. Das ist ganz nice. Ein Likör mit Quatsch? Ja. Quatschito. Das ist ein Nektar de Quatsch mit Jus d'Ananas und Granberry. Und eine Mante mit Cremant. Das ist nicht ein Barmann. Und das ist auch an dem Wochenende? Ja. Das ist jetzt ganz nice. Das soll mir probieren. Am Sonntag haben wir ein Rendezvous im Festsaal in der Saal Polyvalente auf den Elfen in Witz. Ja. Für das Quatschakura-Fest. Also, Hervé, lohnt es sich schmecken? Ich lasse euch ein Stück hier bei uns im Studio, wenn ihr kommen. Schöner da und bis mal wieder. F-France Bleu. F-France Bleu. F-France Bleu. F-France Bleu. Arnanz, dieses Kaviar hat aber nichts mit den Fischheiern zu tun. Der Kaviar wie wir es stehen, dem Zischte ist Kaviar d'Aubergin. Die Pflanzen gibt es Anfang September am Mosse in den Gemüsegarten. Und Jean-Michel Lobrecht erklärt uns, wie man so einen Kaviar macht. Armand, welche Sternsäge sind gerade momentan? Wir haben unsere Sparsam-Jung-Frau, eine Elegante Woi und ein paar Geister-Skorpionen. Und natürlich alle zwölfste Handzeichen kommen dran. Sowieso. Und von F-France Bleu Elsass, vom Montag bis am Freitag, und morgen, zehn bis acht, zehn bis zehn, und mit euch, viertel noch vier, und wenn ihr Lust habt, ganz nachts. Auf francebleuelsass.fr Sowieso. Und da sind wir miteinander in ein paar Sekunden, kommen die Nachrichten und nach den Nachrichten, machen eine Kaviar d'Aubergin mit Jean-Michel Obrecht. Du kennenzulierer Rezeptor auch gerne um 03.88, 25.12.12. Du hast zehn Zeit für die Nachrichten. Le Journal Aurélie Loquet. C'est le premier procès de ce genre en France. Aujourd'hui, une Alsacienne et son fils sont jugés à Paris pour financement de terrorisme, pour avoir envoyé de l'argent à un proche qui est ensuite parti rejoindre les combats en Syrie et qui serait mort dans une opération kamikaze. La mère de famille se défend, elle explique qu'elle avait décidé d'envoyer son fils en Algérie chez son père lorsqu'il s'est radicalisé et qu'elle pensait que tout était ensuite revenu à la normale. Nathalie Haddadi était l'invité de France Bleu Alsace ce matin. Vous retrouvez son interview sur l'appli France Bleu. Début aujourd'hui à Fribourg du procès d'un migrant afghan poursuivi pour avoir tué une étudiante.